Die Hofwoche von Martin und Rebecca neigt sich dem Ende zu. Der Ackerbauer greift daher noch ein letztes Mal in die Trickkiste. Achtung, es folgen Spoiler-Ausrufezeichen. Bei Bauer sucht Frau lief es für Ackerbauer Martin bisher ziemlich gut. Nicht nur verstand er sich bestens mit seiner Hofdame Rebecca, auch konnte sie mit ihrem Engagement bei der Hofarbeit begeistern. Punkt neben den ein oder anderen Flirts gab es sogar auch körperliche Annäherungen wie bei einer Massage. Die beiden scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Kurz vor dem Ende der Hofwoche lässt Martin sich daher noch einmal etwas Besonderes einfallen, um bei seiner Hofdame zu punkten. Ob ihm das gelingt? Martins Überraschung macht Eindruck auf Rebecca. Anlässlich des bevorstehenden Endes der Hofwoche plant Martin eine unvergessliche Aktivität für Rebecca. Punkt der Ackerbauer möchte seiner Hofdame seine Heimat noch ein wenig näher bringen und lässt dafür seine Beziehungen spielen. Punkt mit Hilfe der Feuerwehr geht es für ihn und die Münchnerin hoch hinaus. Knapp 30 Meter fahren die beiden mit der Drehleiter in die Höhe. Rebecca ist begeistert. Und auch Martin profitiert von seiner Überraschung. Denn als sich die Höhenangst bei seiner Hofdame bemerkbar macht, rückt diese näher, um sich an ihm festzuhalten. Wenn das mal nicht ein romantischer Moment ist. Rebecca genießt diesen Dank der Sicherheit, die Martin ihr gibt, in vollen Zügen, also ich bin ganz platt. Das erste Mal, dass ich so richtig sprachlos bin. Dem 36-Jährigen ist die Freude über seinen Erfolg deutlich anzusehen. Es scheint, als steuern die beiden auf ihr gemeinsames Happy End zu. Rebecca zumindest gibt zu, dass so etwas Schönes noch nie ein Mann für sie gemacht hat. Der Ackerbauer konnte also erneut einen positiven Eindruck bei seiner Hofdame hinterlassen. Martin und Rebecca legen ihre Gefühle offen, um zu erfahren, ob zudem auch die Funken übergesprungen sind, arrangiert Martin an ihrem letzten gemeinsamen Abend noch ein romantisches Picknick. Punkt bei diesem soll nun endlich offen über ihre Gefühle geredet werden. Haben die beiden eine gemeinsame Zukunft? Lässt man die Hofwoche des Ackerbauers und seiner Hofdame Revue passieren, sollte man meinen, dass sie offen für die Fortsetzung ihrer Kennlernphase sind. Punkt doch es kommt alles anders. Auch wenn Rebecca eine tolle Woche auf Martinshof verbracht hat, sieht sie in ihm nicht mehr als nur einen guten Freund. Moment, also ich muss dir sagen wirklich, du bist ein ganz, ganz feiner Mensch und mit ganz tollen Eigenschaften. Du bist sehr loyal, du kümmerst dich gentlemanlike. Für mich jetzt, für meinen Teil leider, hat es nicht gereicht. Auch wenn ich es mir so sehr wünsche. Es hat einfach am Ende, würde ich sagen, für mich der letzte Funken gefehlt. Parce das, wie ich euch von mir ging. promises Noct Und, denn ich habe mich einfach am Ende, hat es nicht gereicht. Du bist gut. Mann 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 Allah